einen wunderschönen guten morgen heute zum wildstar headstart die logon server glühen und es ist im moment doch ein bisschen schwierig reinzukommen ich habe selbst noch nicht komplett probiert weil ich gleich zum ersten start des spiels noch den sozusagen den bild des begrüßungsvideo gleich noch mit streamen möchte dazu muss ich dann gleich ein bisschen schnell sein weil sobald ich die anwendung starte geht das video los und die muss ich dann erst mal hier einbinden können so schaue ich gleich mal dass ich das zeitnah hinbekomme so zu hören ist alles gut so auf geht's so genau machen wir mal gleich das video in voller größe bei den sternen nach einer langen weise liegt der planet nexus endlich vor uns unser berg auf diesem planeten ist größer es ist von wahrhaft göttlichem ausmaß wir werden die uralten geheimnisse von nexus das gefühl gehabt dass irgendwas total nicht stimmt das ist nicht gut überhaupt nicht gut bei den göttern du bist ich werde euch zeigen was wahre kraft ist schon bald wird alles klar werden so dass wir der kurze vorspann und jetzt geht es im endeffekt darum irgendwie ins spiel zu kommen ja das ist der ende soft anmelde dienst ist halt aktuell noch etwas in schwierigkeiten ich bin gespannt ab wann der login als solches wirklich dann klappt eben sozusagen das übliche wenn hoffentlich tausende auf die server strömen dass es dann nach und nach etwas dauert bis die ersten stabil drin sind und dann hoffentlich platz für die nächsten ist so während das ganze noch eine weile braucht werde ich mal noch ein kleines browser spiel vorstellen welches nur darin besteht eigentlich die zahl 2048 beziehungsweise die summe zusammen zu stellen und vom spielprinzip sehr einfach gehalten ist ich werde zwischendurch immer wieder probieren mich bei wildstar einzuloggen das spiel funktioniert ganz einfach indem man hier mit den pfeiltasten die blöcke bewegt und ziel ist es wie gesagt 2048 als einzelnen block zusammen zu bekommen und am anfang ist das ganze sehr einfach weil noch viel platz vorhanden ist und wie man sieht können die sachen sehr einfach addiert werden kniftiger wird es erst in den höheren level beziehungsweise im weiteren fortschreiten des spiels wenn natürlich der platz bedarf entsprechend höher wird weil es müssen natürlich immer die zweier potenzen vorgehalten vorgehalten werden und entsprechend dauert es da eine weile hier war es natürlich praktisch so ein anmelde service zu haben der einen automatisch immer wieder einloggen genau das sind sozusagen die kritischsten bewegungen also ich habe meine strategie dass ich einfach unten rechts in der ecke normalerweise arbeite aber da es immer nur die möglichkeit gibt die felder so zu bewegen dass ein platz frei bleibt oder beziehungsweise dass zumindest eine bewegung auf dem spielfeld möglich sein muss dann kann es halt vorkommen dass aktuell keine einzige bewegung möglich ist außer dass man den block dann nach oben ziehen muss und in der stelle ja hier unten die gefahr läuft dass dort eine niedrige zahl reinkommt und das ist dann für den weiteren spielfortschritt insoweit schwierig weil diese lange kette hier gebraucht wird um wirklich diese 2048 zusammenzustellen aber ich denke es einfach mal zuzuschauen und wer möchte kann es gerne selber ausprobieren einfach nach 2048 auch bei google suchen sollte man es auch sofort finden können ich danke du hast darauf investiert du hast du da Das Entscheidende bei dem Spiel ist eigentlich am Ende vor allem die Konzentration zu behalten und sich eine passende Strategie zurechtzulegen, weil wie man sieht, im Moment wird es schon ziemlich voll und der Bewegungsspielraum wird immer kleiner und das Einzige ist, es tauchen sowohl Zweien als auch ab und zu Vierer auf, das heißt man kann sich nicht darauf verlassen, dass an der Stelle, wo man gerade arbeitet oder eben höhere Blöcke zusammenstellen möchte, dass da tatsächlich eine 2 auftauchen wird. So, jetzt habe ich zumindest die Gelegenheit, meinen Block hier wieder in Ordnung zu bringen, das heißt die größte Zahl wirklich nach unten zu setzen. So, jetzt habe ich an der Stelle ge preferssysteme, dass der Grünt wird grundsache, die bei anderen, dass es wahrscheinlich ganz oft mache, weil es Неfeinigkeit gekommen ist, glaube ich tatsächlich auch nicht sehr gut. So, jetzt mache ich an den B Sporten. Deswegen am sichersten ist es, wenn dieser Block die gesamte Seite rechts sozusagen unbeweglich ist. Das heißt, man kann alle Bewegungen nach oben und nach rechts, also oben, unten und nach rechts jederzeit machen, ohne dass man Gefahr läuft, diese Leiste hier rechts durcheinander zu bringen. Vielen Dank. Hit the button, let me in, let me play Wildstar. Okay. 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 So, jetzt kommen wir schon auf den ersten 512er Baustein. 256 und 512. Und jetzt ist das Wichtigste, die rechte Zeile gleich wieder zu sichern. So, und der Login lässt noch auf sich warten. Ja, das ist natürlich die blödeste Situation, die passieren kann. Das heißt, ich muss den Block jetzt nach links bewegen, weil alle anderen Bewegungen funktionieren nicht. Was dann dazu führen kann, dass das Spiel so gut wie verloren ist. Weil je nachdem, wo jetzt hier irgendeine Zahl entsteht. Am schlimmsten wäre es natürlich, wenn die unten rechts in die Ecke kommt. Hoffen wir mal, dass sie weiter oben ist, sodass es nicht ganz so kritisch wird. Ja, Glück gehabt! So, wieder ein. 1,128. So, das ist auch... Zack. Okay. Jetzt sind wir hier wieder sicher. Und können wieder weiter sozusagen die Punkte aufrollen. Zeitüberschreitungen beim Abschließen der NCSoft-Anmeldedienste. Zeitüberschreitungen beim Initialisieren. Okay. So, ich muss das jetzt noch mal sehen. So, dann sind wir hier wieder einmal aufrollen. Ich bitte da, Lars. Und den Betracht. Da, da. Und mal sehen. Da, da. Da, da. Da, da. Da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, 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 da. so der zweite goldene Block mit 256 und diese Seite ist wieder stabil ja ja wieder 128er das heißt so langsam auf dem Weg zur 1024 viel fehlt jetzt nicht mehr genau wenn die 16 jetzt oben wäre könnte ich sie bereits mit der 32 verheiraten aber sie ist halt nicht oben ja langsam wird es spannend ja aber noch ist nichts verloren es sieht nur verdammt knapp aus ja 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 32, 128 und auf dem Weg zur 1512, 1024. So, die Hälfte ist geschafft, aber es bleibt knapp und spannend, das alles zusammenzubringen. So, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte sind. So, die Hälfte, die Hälfte sind. Okay, zumindest kommt jetzt öfter direkt beim Abschicken, dass eine Initialisierung des Anmeldedienstes nicht möglich ist. Das hier ist... Ja, dreimal... So... 16, 32, 64, 128, 256. Nichts passiert. Hat geklappt. So, wieder Zeitüberschreitung. Login und wait. So, die Punkte, der Score hat jetzt gerade die 10.000er Marke schon überschritten. Und wieder Zeitüberschreitung. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Die goldene Kette ist wieder fast komplett. Und wieder Zeitüberschreitung. Hey, da tut sich was. Okay. So, was sagt er gerade? Der Reelam, den ich betreten will, ist voll. Gut. Also, zum Anmeldedienst Bildschirm gleich gratiert nicht zurückgehen, weil es sind 3440 Leute in der Warteschlange und ich soll 12 Stunden warten. Dann schaue ich mir doch mal an, was für Reelams verfügbar sind. Wenn denn die Reelams abgerufen werden können. Weil logischerweise sind ja bisher noch gar keine Charakter mehr da. Also ist ja jetzt alles gelöscht worden. Daher mal schauen, wo es möglich ist, was zu tun. Okay, die Reelams brauchen auch noch eine Weile. So. So. Das ist jetzt noch nicht das Ergebnis, das ich gerne haben möchte. 32, 64. So. 128, 256, 512. 12. So. Jetzt fehlt im Endeffekt nicht mehr viel, um die 2048 komplett zu machen. Das einzige ist natürlich noch, dass das Spiel tatsächlich sofort endet, sobald der 2048 Block gebildet ist. Aber man kann noch zusätzliche Punkte machen, wenn man diese Blockbildung etwas verzögert. Was natürlich aktuell das Ziel ist, meinen letzten Rekord von 2156, den ich hier hatte zumindest, noch mal zu überbieten. Mal gucken, wie das Spielfeld zu dem Zeitpunkt ist und wie viel Platz zur Verfügung steht. So. 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 Netzwerkfehler, Verbindung nicht möglich Eine neue Fehlermeldung Okay, das braucht wahrscheinlich dann einen Neustart von Wildstar Weil da hat er sich anscheinend irgendwo aufgehängt Ne, aktuell bekomme ich generell die Netzwerke von Fehlern Das ist natürlich etwas schade Okay, Informationen des Accounts abfragen Netzwerkfehler Anmelde-Button Okay, keine Ahnung, jetzt komme ich gar nicht mehr allzu weit rein So, mal schauen Ob es irgendwelche Game-Updates Informationen gibt Zumindest ist das Forum wieder da Weil vorhin war auch das Forum die ganze Zeit online Ich meine, es war natürlich offline logischerweise Ähm, ja So, 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 Komm, sag mal, ob da schon irgendwas passiert ist. So, da tut sich was. Ich glaube, da haben sie irgendwas neu gestartet. Und es kann wohl losgehen. Ja, dann sag mir doch mal, was ist alles für... Da sind keine Charaktere drin. Was, der S&D ist bereits voll. Also, die deutschen PvP ist hoch und die PvE sind klein. Ich glaube, dann werde ich auch mal den PvP ausprobieren. Ich bin ja mal gespannt, wie schlimm das wird. Zwei französische. Französisches Rollenspiel, deutsches Rollenspiel. Ist auf jeden Fall die Chance hoffentlich da. Also, ich spiele Verbande und werde erstmal wieder mit meinem Wissenschaftler anfangen. Entsprechend werde ich einen Moradish nehmen. Klasse ist ein... Ja, das werde ich mir jetzt nochmal überlegen. Beim letzten Mal habe ich einen Tech-Pionier gespielt mit den verschiedenen Robotern. Arkanschimpf ist eher der Fernkämpfer. Für Sanitäter passt mir der nicht so gut. Nehmen wir lieber den Arkanschützer. Und natürlich den Wissenschaftler. Das ist mein Hauptcharakter dann. Nachdem es sich ganz am Anfang sozusagen ergeben hat, werde ich jetzt erstmal wieder den Namen aus der Beta verwenden. Aber so möchte ich ganz sicher nicht aussehen. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen dezentere. Also, Augen möchte ich auf jeden Fall haben. Keine großen Augen. Keine müden Augen. Okay. So, Hautfarbe. Blau natürlich. Blassblau? Nein. Wobei es eher aussieht wie Lila. Aber egal. Frisuren. Glatzkopf. Oder haben wir hier noch was Schönes? Komm, zeig mal dein Aussehen. Kleine Platte auf dem Kopf. Viele Platten auf dem Kopf. Nein, dann lieber ohne. Haarfarbe. Haarfarbe. Ohne Haare. Keine Farbe. Mal gucken, was er denn für eine Farbe hätte. Die erinnern sich doch gar nicht. Achso. Okay. Haarfarbe. Blassweiß. Bläulich. ganz blau. Ach, bei so viel blau müsste ich doch glatt irgendeine Frisur nehmen. Ne, ne. Wieso ziehst du eigentlich so eine Schnurke? Gesichtsaccessoires. Das dürfte ruhig etwas weniger auffällig sein. Äh. Hm. Oh, ja. Genau. Blau als zweite Farbe. Da kann man die Haut noch ein bisschen... Ja, ne. Hm. Hm. Kann man dich irgendwie zum Lächeln bringen? Hm. Ja, naja. Ja, natürlich. Hier料, weil man einen Wegener schön ausrollЫ. Ja, das war doch nicht. Ich weiß natürlich. Es war doch wohl auch mal. Das ist ein bisschen mehr Oberkörper als Unterkörper. Naja, das wird die Glockenunterbeine aber bestimmt nicht. So, jetzt habe ich immer noch nicht die passende Gesichter, als es war es. Wenn ich mal diesen anderen Metall-Dings da wegnehmen könnte. Was ist das denn? Gar keine? Zumindest sehe ich im Moment keine. Da sind mir zu viele Schläuche. Ne, dann lieber so. Na, das ist mir lecker. Na, das ist mir lecker. Wo ist denn das Kim? Da, das ist mir lecker. Das ist mir lecker. Vielen Dank. Vielen Dank. Augenabstand. Augenbrauen. Da passiert nicht so viel. Ja, da ich keine Haare habe, habe ich auch keine Augenbrauen zu sehen. So, muito tief. Okay. 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 Okay, das ist mein Ding da, also Stupsnase, ein riesen Zink, ein bisschen dezent, wer auch noch an der Nase vorbeigucken können, um gut zu zielen, akzeptieren. Einmal die Daten kopieren, falls ich den nochmal auf einem anderen Rirm ähnlicher stellen möchte. Das ist ein verbanter Modischmann. So, akzeptieren. Habt doch nicht so eine... Naja, egal. Also, noch gar... Brrrr, meine Güte sieht der Böse aus. Aber, auf geht's. Die Verwandten wurden vom Dominion von ihren Planeten vertrieben. Seither suchten sie verzweifelt nach einer neuen Heimatwelt. Immer auf der Flucht vor dem Dominion, das ihnen erbarmungslos auf den Fersen blieb. Und dann, in der Stunde ihrer größten Not, entdeckten sie den Planeten Nexus. Die legendäre Heimatwelt der vor langer Zeit aus der Galaxis entschwundenen Eldan. Erschöpft, aber voller neuer Hoffnung, machten die Verbanden ihre veralteten Sternenschiffe klar. Für eine letzte Reise nach Nexus. Und das ist der Moment, an dem ihr wahres Abenteuer beginnt. Na dann, lass das Abenteuer starten. Hallo? Ok. Ich würde sagen, mit anderthalb Stunden Verspätung beginnt der Headstart. Unser letzter Sprung ins Nexus-System hat den Reaktor in diesem Bereich überhitzt. Dieses Schiff ist mehr als 300 Jahre alt. Findet einfach die verdammte Kryo-Kapsel. Sie muss hier irgendwo sein. Sadie. Sadie Bradland. Ich kenne den Namen, Mr. Bradland. Nimm mich einfach das Auge. Jetzt hör auf zu nörgeln. Und hol meine Frau aus dem Kälteschlaf. Interne Sensoren sind ausgefallen. Die Datensätze sind unzuverlässig. Da, ich hab sie gefunden. Eine funktionierende Kapsel. Bergungssystem angestachelt. Magnethalterungen gelöst. Gut für dich. Du hast sie gefunden. Sei die Scherze. Ich bin auf dem... Hey! Hey, pass auf! Tut mir leid. Die Hydraulik ist undicht. Moment! Die Datensätze waren falsch. Das ist sie nicht. Sie ist in einem anderen Ziel. Juhu, da bin ich! Wer noch immer du da gerade aufgedeckt hast, der wird uns helfen, sie zu finden. Ja. Eieiei, Captain. Beziehungsweise. Und was auch immer. Die Animation fast fertig. Alle Lebenszeichen stabil. In Ordnung. Wir brauchen jeden Verbanden, der noch... Du solltest glücklich sehe ich immer noch nicht aus. Hey, ich kann endlich spielen. Los! Ja, das ist sehr übersichtlich. Im Moment die... Genau, ich muss auch nicht vorbeugierden. Ja, letztes Schritt. Ja, ich muss ja noch nicht aufbauen. Ich kann endlich dieALIZation und Künstler. Hier. Ja, ich kann nicht. Great. Ich muss ja, ich kann nicht. Okay, so passt. Kann ich das Ding hier gleich mal irgendwie ein bisschen größer machen? Okay. Ein Schlimmer. Gut. Okay. Ist da denn schon wieder alles? Laufen. Okay. So. Ja. Eine erste Quest. Ich bitte nicht gern um Hilfe, aber ich hab verdammt noch mal keine Wahl. Gut. Ich helfe dir doch. Kein Problem. Ich helfe dir das. Erstmal will ich eine größere Karte haben. Und ich will sie auf der anderen Seite. Hallo. Warum kann ich jetzt nicht bewegen? Hm. Na schön. Okay. Das ist nicht das, was ich... so was soll ich machen? und aktivieren die Konsulte des Hyper-Energie-Dingsbonds. Aktiviert. Das nächste kleine Ränder-Filmchen. Da ist sie. Sadie, kannst du mich hören? Alles wird gut werden. Holen wir sie da raus. Sie sieht verdammt noch mal nicht gut aus. Das ist die Kälteschlafkrankheit. Macht schon, bringt sie auf die Krankenstation. Sie ist schwanger. Sie kriegt ein Baby. Schnell, auf, auf. Hops. Halt durch, Sadie. Wir haben es bald geschafft. Was sagen, mein Freund? Ein Wunder, dass wir so weit gekommen sind. Wir sind schon seit Ewigkeiten auf der Flucht vor dem Dominion. Und dieser alte Kahn macht's nicht mehr lange. Vielleicht haben wir bald ein neues Zuhause. Wer hätte das gedacht? Ich mag nicht immer besonders nett zu euch gewesen sein, aber wenn wir alle zusammenhalten, können wir es vielleicht schaffen. Und wer das anders sieht, fängt sich eine Kugel ein. So, sie sieht ja aus, als wären wir da. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Gut, dass ich dich nicht getötet habe. Schnell. Quest abgeschlossen. Fahre fort. Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan. Besser gesagt, ich weiß genau, dass sie noch nicht getan ist. Zerschwende nicht noch mehr Zeit. Also, das ist mein Inventor. Ich habe einen Inventor. Und hier. Ich gehe mal rein. Na dann mal los. Va con Ludu. Gut. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Er? Okay. Braumeistern. Gereckung. Auf gehts. Hey, dann komm nach euch. Die Zeit verrimmt. Na dann. Die wissenschaftliche Missionen. Stehst du jetzt da unten oder da oben? Da dr 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 dr. Einmal links, einmal rechts. Meine Wissenschaftsmissionen warten auf mich. Wir müssen uns unterhalten. Ja. Möge das Schicksal dir holt sein. Wie ist die Lage? Schaffst du noch ne Wunde? Es ist nicht weit. Hallo. Hallo. Genau die Person, die ich sehen wollte. Ja. Und wenn ich noch ne Heilerin spielen sollte, dann wär ich bestimmt noch ne Aurin spielen. Wir werden nie wieder nach Nox zurückkehren. Nexus ist jetzt unsere Heimat. So. Und was bist du? Ich muss alles erfahren. Hui. So wie einer bist du. Meine Schwarzkuchen haben sich der Sache angenommen. Aber du kannst mir zusätzliche Dienste leisten. Du wirst meine Hand sein. So. 들어� yön cellence wanna fue teu das Nein! Warnung. Angreif registriert. Feindliche Schiffe in der Seite. Was haben wir? Wir stehen unter Beschuss. Alle Mann auf Kampfstation. Alle Mann in die Rettungsboote. Was gibt's Neues? So verd***t. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Irre Leistung, Süßer. Was habe ich denn bekommen? Ein geladenen Schuss. Attribute verbessert. Neuer LAS Platz 2 geschaltet. Aktionsbaukasten. Das ist doch schön. So, flinkend. Eine Sekunde. So, ist einfach ein Schadenvorschuss. Was habe ich denn überhaupt für Schaden damit? 20 bisschen Schadenwaffen. Geht mein Schaden auch. So, Fähigkeitenvorgung. Wir sind noch nicht da. Okay. So, der Schild ist jetzt verfügbar. Kostümer. Kostümer. Schilter. Kommt. Schildplatz. Der da. Sekundär. Setboni. Titel. Titel. Noch nix. Ansehen. Die verbanden. Transportmittel. Alles noch leer. Noch viel zu tun. Okay. Geladen der Schuss. Ist klar. Und. Attribute verbessert. Und. Attribute verbessert. Okay. Na dann. Oh, jetzt soll das Inventar noch. Zack. Da unten sind sie. Ops. Noch schon weg. Hm. Da ist noch einer. Der ist noch gar nicht weg. Wieso ist mein Scanner eigentlich schon da? Achso. Wieso muss man die Fahrt ausziehen. So. Noch einen Hacker. Ja. Richard Rekrut. Ein persönliches Gespräch wäre am besten. Die Lunte brennt. Ja. Das kam richtig. Aber ich wollte noch was aus. Jetzt probier. czasu muss noch was ausziehen. Okay. Was sagt denn, dieses ist ein paar Tage? Das ist aber wenig für einen Wissenschaftler. Hallo? Du bist so gut wie tot, also pass da draußen auf dich auf. Du scheinst für diese Aufgabe bestens geeignet zu sein. Möchtest du mit ihm noch irgendwas machen? Ja. Gut. Da gibt es was zu untersuchen. Löge dir die Götter ihren Beistand gewähren. Löge dir die Götter die Götter auf die Götter auf die Götter. 75 Prozent, einer fehlt noch. Was haben wir denn da? Okay. Belohnungen. Glückwunsch zu neuen Fahrstufen. Laborate. Jetzt kann ich meinen ersten Titel anlegen. Laborate. Laborate Noxcar. Laborate. Okay. So. Da ist noch was zu lesen. Ich bewege mich sehr schön. Okay. 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 Da ist die eigentliche Bomme. Okay. 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 Da ist noch was zu lesen. Lese, lese, lese. Die muss doch schon längst abgeflaut sein. Laufen mit springen. Eigentlich ist es gleich ein passendes Zermin dazu gibt. Hi Bella. Schieß los Schätzchen. Schalt lieber noch keinen Gang runter Liebling. Heißesten Dank Liebling. Ein Buch des galaktischen Kundschaftes. Das kann ich ja nicht schön. Schöne die Geschichten sammeln. Der Amte wartet zusammen. Bitte. Eins noch. Beyond the Fritsch das Abenteuer wartet. Ein kostenloses Aboment von GVOJDG. Ein kostenloses Abenteuer. Die Geschichten von jenseits der Grenz ohne GVOJDG. Ein kostenloses Abenteuer. Ein kostenloses Abenteuer. Ein kostenloses Abenteuer. Ein kostenloses Abenteuer. mein DATACRON Erzähl mir nur noch den Datenwürfel Alisa aus der Welt Übernimm die Steuerung des Datenwürfelschiffs So, Scanbot! Du machst das! Endlich ist es soweit Mit dem Nexus Projekt beginnt das größte wissenschaftliche Experiment in der langen Geschichte unseres Volkes Und wenn wir erfolgreich sind dann werden wir erreicht haben wovon andere immer nur geträumt haben Wir werden das Schicksal verändert haben und zwar nicht nur das der Älteren sondern das des gesamten Universums Jo Alles komplett Wie lange bleiben wir denn als neu gekennzeichnet? Also Bälle, das war's Na dann, auf zum Gewächshaus, retten wir mal wieder das Gemüse Da 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 Ja? Ja? Loslassen können ist manchmal wirklich nicht einfach Ich höre immer noch die Stimmen der Bäume und der Auring die wir auf Arboria zurücklassen mussten Als Königin sollte ich über den Dingen stehen Als Königin sollte ich über den Dingen stehen Diesmal jedoch nehme ich es persönlich Ich komme Na ja Komm mit Kleiner, die müssen sie eben liegen So, Nummer 2 Und Nummer 3 Komm Nummer 4 Und Nummer 5 Und Nummer 5 Alle abmarschbereit So, wo sollen die jetzt hin? Da hinten Kommt schon 1, 2, 3, 4, 5 Zack Alle 5 eingepflanzt Na, komm Willst du denn hin? Sowas Ich höre Hervorragende Arbeit Aber wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus Ich setze die ganze Hoffnung der Auring in dich Ja? Ja Ja Komm, noch ein bisschen rumgefallen Komm, noch ein bisschen rumgefallen Ja 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 Kein Vakuumgut Es gibt eine Aufgabe, die erledigt werden muss Scanbot Übernehmen sie Los Ja Hm 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 Der Livestream scheint gerade etwas Schlecht zu funktionieren Was war das? Was war das? Okay Okay, scheint wieder zu laufen Naja Gut So Das da oben ist glaube ich eine Mission für die Kundschafter Aber ich habe ja noch ein bisschen zu analysieren Lauf, 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 lauf Okay 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 So. So ist das doch klasse. Es gibt nichts einzusammeln. So. 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 Die Wissenschaftsmission ist abgeschlossen. Aber ich habe noch keine. So. 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 Das war's schon. Da bin ich. Was ist passiert? Wir sehen uns, da bin ich mir sicher. Was hast du in Erfahrung gebracht? Das heißt, die erste Episode ist abgeschlossen. Ich dachte immer, das sind die Fortschutzanzeigen. Okay. Na gut. Eine von 40 aktiv. Ja, da gibt es noch mehr da draußen. Soll ich jetzt eigentlich hin? In der Richtung. Dann mal zügig Abmarsch. Was ist denn mit euch los? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Erzähle mir alles. Ein Erfolg allein wird diesen Krieg nicht gewinnen. Gewähre dieser Person dein Gehör. Sollte ich mich erstmal einkleiden? Und tschüss. So, dort geht es. Okay, dann muss ich erstmal hinzudern. Oh, ich kann fliegen. Ich versuche so viel wie möglich zu lernen. Und dann noch ein wenig mehr. Oh, ein nicht übersetzter Text. So, ich muss die Fortschritte. So, ich muss die Fortschritte. So, ich muss die Fortschritte einstellen. So, ich muss die Fortschritte sein. Ein Fritt wird unweigerlich zum anderen, in welchem Kurs sich unser Volk doch einen musste. Neue BVP-Funktionen, neue Klassenfähigkeit, fort. Gut, einmal anspringen. Gut, das ist der dritte Aktionsplatz. Handschuhe sind jetzt beförderlich und die beiden Zonen sind jetzt verfügbar. So, welche von den beiden war jetzt optional? Sollen wir uns noch kurz ausruhen, bevor es gleich losgeht? Genau, meditiere noch kurz. Alles klar. Und dann weiter. Hi, Viktor. Geh mir zur Hand und ich verschaffe dir Einblick in die schwärzesten Geheimnisse der Alchemie. Darüber hinaus zahle ich gut. Also. Auf geht's. Hey, ein wenigstum. Wenn ich da unterfalle, ist das bestimmt so optimal. Und alles erledigt. Also. Datenwürfel, Aufzeichnungen und Geschichte von jenes Sequenzonen sind abgeschlossen. Galaktische so als schief existiert noch nicht. Ja. Auf in die nötige Wildnis. Transporter 3, Startfreigabe für Nexus erteilt. Das Ziel, die Stadt Thade. Es gibt Meldungen über Dominion-Patrouillen in der Gegend. Wahrscheinlich suchen sie nach ungeschützten Transporten. Pass auf dich auf und viel Glück. Ich will doch in die nötige Wildnis. Ich muss in die nötige Wildnis. Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Dann ein neuer Versuch ins Spiel zu kommen. Okay. 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 Wissenschaftler-Missionen-Fragzeichen Natürlich ist es eine Wissenschaftler-Mission Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, aber eigentlich wollte ich die Soziale Post wissen. Kredböse. Kredböse. Hmm. Berufe. Das ist alles noch leer. Aktionsbaukasten. Und transportieren. Oh hey, was soll ich denn mit den ganzen Stufen aufstehen? Hm. Wahrscheinlich aus nicht zu passen. Ah ja. Jetzt gibt's die ersten Einträge. Okay. Genau. Zwei. Das ist doch das Ding, was ich gerade erledigt habe. Vier Datenwürfel fehlen noch und sieben Aufzeichnungen. So. Questlock. Da war es. Errungenschaften. Abenteuer. Ich bin jetzt in... Wo bin ich denn jetzt? Nördliche Wildnis ist Teil von... Alisa. Hey, die Karte sieht ja viel besser aus. Hey, die Karte sieht ja viel besser aus. Nördliche Wildnis ist Teil von Alisa. Dungeons. Nördliche Wildnis. Nördliche Wildnis hat keine Herausforderung. Kopfjagd. Ultrabott. Hm. Nördliche Wildnis hat keine Herausforderung. Fade. 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 Nördliche Wildnis. Episode vollendet. Eins, zwei, drei, vier Stück. Okay, die Schiffszentmission. Schlagzeug muss ich jetzt sagen. So, und das Allgemeine war jetzt einfach nur... und das Ankommen auf den Planeten. Also, Kopfjagd habe ich einbekommen und Quest habe ich einbekommen. Kopfjagd war... Was sind denn sortiert? Das Suchfeld funktioniert nicht. Okay. 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 Und das andere war Quest. Willkommen auf dem Planeten. Naja, ein bisschen was gibt es noch zu tun. Die Sachen sind zu verkaufen. Was zu essen. Naja, mal schauen, ob ich das brauche. Aha. Jetzt kann man die Sachen wenigstens gleich sortieren. Das ist gut. Sehr gut. Muss ich noch jemanden befreien? Ja. Muss ich noch jemanden befreien? Ja. Ja. Doppelkill. Jawoll. Zudy Jett ist auf dem Weg zum hohr alten Turm. Was? Hey, ist ja cool. Da hinten ist also der Turm, wo ich hin soll. Das muss ich noch untersuchen. Skinny. auf. Jetzt öffnen wir. Du willst ja, das ist ja das. Es ist vieles. Sieht sicher, dass ich das nichtwhy. Das stimmt. Ich bin zu, dass ich das nicht überfinde. Und wie ichsonst aber teile. Ich habe uns mehr an. Das war's. 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 Ich wusste... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja gut. Doch. 3-3 Terminals wurden aktiviert. Was soll ich denn eigentlich für Kristalle finden? Wollen die da? Du willst wohl Ärger. Wollen die da? Du willst ja nicht. Wollen die da? Wollen die da? Das war's. Hier ist noch ein Tata Cube. Hier ist noch eine Energiequelle dar, indem er elementare Lebensformen in raffinierte Loftit-Kristalle umweibelt. Ihr Opfer ist notwendig, um das große Werk voranzutreiben, das wir hier vollbringen. Na ja, ich hoffe, da habe ich noch ein bisschen mitzureden. Okay. 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 So. Okay. Okay. Um die Tür zu eröffnen, die allerdings im Moment schon offen ist. So, du aktivierst das dort. Du aktivierst nur beide. So, du aktivierst ebenfalls beide. Einmal an. So, du aktivierst auch beide. Jetzt sind beide an. Alle drei an. Erfolg verliehen! Sehr schön. Dort ist der andere da dazu. Nein! Scanbot, deine Aufgabe. Erfolg verliehen! Ich finde das nicht so spannend. Gut, alles platt zu machen. Questlock Errungenschaften. Ah, hier bekomme ich auch noch mal eine. Geheimnisse der Eltern mögliche Wildnis. Ich habe es im Moment ganz schön geheimd. Ich bin aber noch nicht geheimd. Ich bin der Grund verliebt. Ich bin der Grundstück in der Hand von Apo. Ich bin der Grundstück. Es geht über die Hand zu machen. 3 Datenwürfel dann war es das hier schon was jetzt jetzt eigentlich da kann ich jetzt eigentlich da kann ich mir einsammeln zumindest nicht hier ja 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 Gibt es irgendeinen Bonus? Ah ja, die Superfunktion hier doch. Kopfjahrt. 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 Hm, naja mal schauen. In der eiskalten nördlichen Wildnis sind heiße Zeiten angebrochen. Die Verbanden kämpfen gegen die extremen Wetterbedingungen, grausame Bestien und angriffslustige Ureinwohner an. Mach dich bereit, jetzt wird's ernst. Alles klar. Ist aber blöd. Genau. Was gibt's Neues? Zieh das durch, dann schulde ich dir was. Ich denke, ich habe genau das, was du brauchst. Ich denke, ich habe schon mal die Wetterbewerbe. Ich bin ein Eingluss. Ich bin ein Eingluss. Ich bin ein Eingluss. Ich bin ein Eingluss. Sorry, die brauche ich nicht mehr. Das ging auch nicht. Was? Warum kann ich das nicht verkaufen? Hm, was soll ich damit? Hm. Das ist nicht speziell. Gut, dann mal weiter. Da sind noch zwei Missionen. Fahrtmissionen. Eine abgeschlossen. Und zwei sind noch zu entdecken. Forschungsmaterial ermöglichen. Wie weit ist denn aktuell die Karte überhaupt? Hm. Welche Karte? So, das heißt hier hinten fehlt mir aber auch noch was. Ich will erstmal auch da hinten noch was erkunden. Kann doch nicht sein, dass da ein schwarzer Fleck bleibt. So. So. Wahrscheinlich ist da oben einer von diesen Yetis. Von diesen Kopfgeldern. Mal gucken. Ach ja. Da muss ich eh noch hoch. Body in the Snow. Na dann mal hier. Der arme Kern. Knacken. Glückwunsch mit deiner neuen Stufe. Die muss ich erst kaufen. Wie viel Geld habe ich abgeladen? 19. Einmal ein Element. Vielen Dank. 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 Ich brauche mehr von diesen Raum... Doppelkill. 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 Okay. 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 Doppelkill. Okay. 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 Forderung nicht bestanden so eine Sauerei in einem einzigen der noch gefehlt hat was für mich okay dann sag mir noch mal was jetzt diese Dinger sind wieder also Zähigkeit, Tech und Wahrnehmung Zähigkeit, Tech und Wahrnehmung Unterstützungskraft schon wieder okay so, das erstmal einsetzen das ist Schrott und die erste Tasche mit drei Plötzen okay okay jetzt ist Questlog herausforderung drin und durch Leibnis starten herausforderung beginnt einfach einfach schnell um und etwas und für we Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sind Fähigkeiten. Das war's. 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 Das haben's. Das war's. Das war's. Das war's. die Lohnung 4 Plätze das da, das da ok, ich will die Tasche haben jetzt schon düngeln so 4 Plätze 4 Plätze 4 Plätze 4 Plätze 4 Plätze so 4 Plätze 5 Plätze 5 Plätze 5 Plätze 5 Plätze 5 Plätze 5 Plätze 4 Plätze 5 Plätze Doppelkill 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 Dreifachkill Doppelkill Hey cool, genug gescannt Da gibt es ja nicht den ersten Teil für die Geschichte Doppelkill Dreifachkill Doppelkill Doppelkill Dreifachkill Doppelkill. 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 96%. Herausforderung bestanden. Sehr schön. Die nächste Herausforderung bestanden. Belohnung. Zwei Plätze ist doch mal ein Scherz, aber immerhin, das ist das Teuerste, also das Wertvollste, also wie war das jetzt mit dem, Stufenaufstieg, Instrumenttaschen, genau. Die hat 6 Plätze. 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. So. Was ist das da? Ich sollte doch erstmal noch da oben hochlaufen irgendwo. Kisten habe ich schon eingesammelt. Ach, der arme Kerl. Ihr seid gefährlich hier draußen. Aha. Springen. Komm schon. Nein. Okay, jetzt. Ich hoffe du hast Fortschritte gemacht. Ich bin dir sehr zu dann verpflichtet. Wildes Sperrfeuer. Runen des Schutzes. Runen Heilung. 5 Plätze freigeschaltet. Ein Verbesserungspunkt. Mehr kritische Treffer. Fokus Energie. Weiter Unterstützungskraft. Fokus. Pvp. Maximale Schildkapazität. Pvp. Salton. Wir sind geliebens drauf. So. Dann machen wir erstmal die Schildkapazität höher. Fähigkeiten. Was habe ich denn aktuell für 33. Kann ich mir noch nicht alles leisten. Abzupieren. kann ich die auch auf mich selbst anwenden. Kann ich die auch auf mich selbst anwenden. Das Ding ist schon gescannt. Das Ding ist schon gescannt. Das Ding ist schon gescannt. Ja. Funktioniert auch auf mich selbst. So. Da hinten ist einer in der Spiel. Hey, da war ein Buch. Doppelkirbel. Rennen uns. Rennen uns. Rennen uns. Dein Buch. 2 von 7 3 ich bin es kürzliche auch die kurs wir haben es einiges mehr los er ist das nächste Was ist das? Ich soll jetzt noch mal Sketch töten. Doppelkill. Was gibt's denn hier unten? Da sind wir eingeschwertet. Aber ich muss die Leute hier eh noch befreien. Meine Aufgabe. Die Herausforderung beginnt. Doppelkill. Zack. Das war's. Sehr schön. Wieder nur zwei Plätze. Sehr schön. Doppelkill. Dreifachkill. Hey, da ist so viele Datencube. Wirklich scheint das mit der Aktualisierung hier noch nicht so richtig zu funktionieren. Hm. 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 Hm, sie lässt sich nicht verschieben. Die vierte Datenwürfel. Und, das ist die letzte Mission. Ja, Frosty ist Geschichte. Ihr seid frei, lockt weg. So, vier von sieben. Ja, was gibt's? Du hast deine Befehle. Alles klar. Doppelkill. Dreipackkill. Doppelkill. So, da gibt's ja eigentlich nicht mehr viel mehr zu tun. Was ist das denn? Ah, ein Schädel. Erfolg verliehen. Zinu-Übel. Kopf der Zinu-Brüterin. Doppel. Und, schädel. Schatzke ist das Wasser. Okay. eigentlich ist dann alles hier drin erledigt nehme ich zumindest mal an schnapp dir eine 5 denn da ist noch ein das kann Ich glaube, wir sind ja jetzt schon ganz friedlich. Duks berichten, was ich weiß. Okay, so, 5 von 7. Und die Karte ist noch nicht komplett aufgedeckt. So, jetzt gucke ich noch mal bei denen. Die Herausforderungen sind aktuell alle erledigt. Und sind die schon bestanden. Die Kopfjagd für die nördliche Wildnis. Kriegspot-Killer. Gut, und das andere sind Quests. Episode vollendet. Hins von 5. Das Lager. Bestreute Vorräte. Schiffsbrüche. Tag des Ballers. Okay. Und schließe ich mal den Block an Geschichten ab. Alle dort vorne. Ein Kristallteam. 34. Irgendjemand muss immer Wache schieben. Das ist doch vollkommen normal. Mal. 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 Das ist soll und genuine zusammen sein. Meine Mutter hat mich einmal Aaron genannt. Einmal. Gut. Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Neue Ausrüstung. Neue Ausrüstung. Neue Ausrüstung. So, der wird automatisch an der richtigen Stelle ausgetauscht. Und der ist, kann verkauft werden. Willst du was einkaufen? Ne, ich möchte was verkaufen. Er hat mich dann automatisch überlegen. Schon. Neue von hier aus. Weg, 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 weg. So, wo geht's jetzt hin? Achso, erst mal den Landegleiter aktivieren. Ich hab doch den Bot noch gar nicht gemacht. Ich glaube, der kommt bestimmt gleich. Kavallerie ist hier. Ich hab gehört, ihr habt die Probleme. Haltet durch, wir holen euch da raus. Beginne mit Landeanflug. Bereithalten. Alle Mann an Bord. Ruft euch schnell einen Sitzplatz. Wir haben es eilig. Wir werden euch im Nu noch einbringen. Naja, ganz so schnell wird es nicht klappen. Alle bereit? Machen wir, dass wir hier rauskommen. Was zum Paket im Anflug. Wir wurden getroffen. Festhalten. Ich versuche es. Auch ein Treffer. Unsere Stadt dieser Fohren sind hinüber. Wir stürzen ab. Wiederhole. Wir stürzen ab. Erfolg verliehen. Wird auch Zeit, dass du dich hier blicken lässt. Du vergeudest wertvolle Zeit, Zeit loszugehen. Wird auch Zeit loszugehen. Jetzt hat er nur noch 18. Auf dem Schiff hat er nur noch 24. Sprech. Melde dich, wenn du es erledigt hast. Verstanden. 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 Doppelkill 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 Double kill. Double kill. Double kill. Und vor allem, wo ist der Kerl? Ja, schön. Er ist aber nicht hier. Doppel kill. Und dann war es schon wieder. Okay. 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 Kann ich dir jetzt den Kot nochmal einnehmen? Erfolg verliehen! Toll Erzähl mir was Nettes Was ist? Ach zur Hölle Wenn du nicht so gut Zufall Wenn du nicht so gut Zufall Wenn du nicht so gut Zufall Hier, zwei, eins. Yep. so geht das wird sollte ja alles fast erledigt sein und drei prozent mehr warte mal wir fehlen doch immer noch wir fehlen noch zwei Bücher die Bücher kann ich hier aber nicht weg mal sagen wir ich will hier noch nicht weg solange die Bücher nicht da sind nicht natürlich nur wo sind die teile ja war ich an der landung schon ja 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 d die die Spitze von welchen Felsen was die der die 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 Ja, dann schön. 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 Ja. Ja, dann schön. Ja, dann... 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 Ja... Ja, dann... 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 Da, wenn ich da... La, die... Ja. Das war's. Und hier ist nicht viel los. Ah, ein Tagebuch. Ah, ein Tagebuch. Das hier bestimmt irgendwo rumliegt. Komm, jetzt springt schon. Ja, das ist nicht... Nee, das war meine Absturzstelle, wo ich gelandet bin. Ich entferne mich aus der Karte. Mal spannen, wie sie das hier darstellen. Kein Durchkommen. Ja, das war's. Ja, das war's. Hmm. Ja, das war's. 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 Okay. 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 Irgendwo auf der Karte ist es ganz sicher zu finden. Was da oben keine mit dabei war? auch Schnittschule Tja, wo könnte die letzte Information noch stecken Sicherheit in irgendeiner Ansiedlung oder in einer von den Yeti-Höhlen Gerne geht, wenn wir die Zeit Das war's. Was wird das denn für ein Heiler? Ach, das Teil. Oh, verdammt. 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 ist immer noch nicht aktualisiert schau dir ruhig mal an was ich zu verkaufen habe ok Hey... Irgendwo gibt Tagebücher, oder? So, ein Tagebuch war hier drin. Und jetzt. So, bei den Scratch gab es eine ganze Menge, die sind jetzt auch ziemlich friedlich. Ja, 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 ja. das ist wahrscheinlich doch eine in den Schiffen gewesen sein die wird keine Aufzeichnungen die Datenwürfel die 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 Okay. Alright, skip mix. Okay. Okay. Normal müsste irgendeine Mission direkt in die Nähe zumindest führen. Ist nur die Frage, wo ich es übersehen habe. Oder wo ich eine Abkürzung genommen habe und deswegen dann vorbeigelaufen bin. Also da oben war nichts. Da hinten ist noch eine Höhle. Aber da ist nichts drin. Zack. Okay. Das ist noch eine T-Roll. Das ist noch eine T-Roll. Das ist die Frage, ob es wahrscheinlicher ist, dieses ... 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 ich habe es schon gefunden, ich war ja schon da oben. Das Tagebuch lag jedenfalls nicht da oben, auch wenn es gut gepasst hätte. So, du wartest, dass ich die Schiffe starte. Wie kann ich das aktivieren? Die kommen mit mächtig viel Wumms rein, Rekord. Lass nicht zu, dass sie diese Stellung einnehmen. Sichern und langen. Soldatin? Sehr lustig. Hier sind noch keine Soldatin. Hallo? Geht's noch? Die werden mit aller Macht einfallen, Soldat. Ich schlage vor, du längst sie um, bevor sie das gleiche mit dir tun. Brauchst du noch ein paar Kerben an deiner Waffe? Da kommt Gelegenheit. Feinde im Anmarsch. Atmest du noch? Du erwartest jetzt slow fast. Aber heroische Gefechte gegen übermächtige Gegner, inklusive gelegentlichem Helm-Tot, sind Teil des Jobs. So ist das. Nein! Nein! Halt durch, Soldat! Gleich hast du's geschafft! Abmutschen! Abhorschen! Nein! Aufgepasste Code! Da kommt ein ganzer Haufen Feinde auf dich zu! Mach dich auf die Arbeit! Du stehst noch? Weiter so, Soldat! Da kommt noch ne Menge mehr Kerl auf dich zu! Na, hast du Spaß? Gut, denn die Party hat gerade erst abgefangen! Der Kampf ist noch nicht vorbei! Weiche keinen Fuß weit zurück! Dieser Planet gehört uns! Und so soll es auch bleiben! Da kommen sie, Recruit! Zeig ihnen aus, was für Stein du gemeintet bist! Verdammt! Diese Typen sind zäh! Solange die weiter vorrücken, lass sie ins Kraft beißen! Halt durch, Soldat! Gleich hast du's geschafft! Abmurksen, abhaken und einfügen! Da kommt sie, Recruit! Zeig ihnen aus, was für Stein du gemeintet bist! Acht Sekunden! Acht Sekunden! Der Planet wird den Nullkommanix sonst gehören! So, jetzt möchte ich bloß mal wissen, wo noch dieses letzte... Alles! Doppel-Kill! Doppel-Kill! Ich glaube, das war schon ganz schön! Einmal mit Blumen! Unsere Einsame Blumen! Genau. Erfolg verliehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ich meinte, es ist die Bandbreite etwas schwierig. Das ist die Bandbreite. 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 auch schon wieder hin um ich glaube es kann noch eine Zone abzuschließen was mir noch fehlt ist die die Deployment Order die Deployment Order habe ich schon, das heißt Shuttle Boarding Pass ist das was noch fehlt die Journalen entrie, dass es nach der NW ist die Journalen entrie, dass es nach der NW ist er muss ja doch ganz am anfang sein also ich suche aktuell und Geschichten so ok ich habe mich angezeigt ok und die Deployment Order müsste auch schon da sein jetzt fehlt mir bloß noch das Shuttle Boarding Pass von dem ich noch nicht genau weiß wo der jetzt steckt angeblich soll er aber direkt in ich weiß nicht warum es zum Eingang zu einer Wahlzone so ich hoffe mal dass es dann jetzt funktioniert so mal schauen ob das jetzt klappt los abendspielen also na also ok ok jetzt hat es wieder funktioniert so also hier so hier 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 Nemesis Regionen sind Regionen, in denen man Reputation sammeln kann, indem man dort irgendwelche Nobs, irgendwelche Monster killt. Also genau, den Einsatzbefehl, Operation Schneefall sozusagen, das ist schon. Einziges Tagebuch, die 3 und die Sketch Poesie. Es fehlt eben der Shuttle Boarding Pass. Jetzt werden wir mal gucken, ob es da noch ein bisschen bessere Beschreibungen gibt. Okay. 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 schon Das ist ein Schuss. Hm, sehr lustig. Der Shuttleboarding-Pass wird nicht angezeigt, wo er genau zu finden ist. Ah, hier habe ich noch einen entdeckt. Ah, hier habe ich noch einen entdeckt. So, ich hoffe, das ist jetzt ein ganz passendes. Passend durch. So, einfach um nochmal... So, ich schlaube. So, ich habe noch einen schweren Entdeckt. Okay. Also, hier sind jetzt die verschiedenen Stellen noch mal eingezeichnet, weil die Data Cubes habe ich ja bereits alle, nur eben es fehlt ein Journal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, über die Journalen. Es geht um den Shuttle Boarding Pass, der auf 6 liegen soll. Das heißt, der soll irgendwo hier unten sein. Das heißt, der muss eigentlich in dem abgestürzten Schiff sein. Also doch noch mal kurz zurück. Da hätte ich mir doch fast gedacht, dass da noch was zu holen ist. So. Also, da unten irgendwo. Und dann wäre das, wäre die Area sozusagen komplett. Und danach geht's dann in das eigentliche Startgebiet für die Exiles. Schade, dass das über Bord noch nicht verfügbar ist. Die Klopp geht auch die ganze Zeit. Also, wo steht da jetzt? Da war ich doch gerade von hier. Ah, da vorne. Super. Also. Shuttleboard-Karte. Das war's. Okay. So. Die Daten sind komplett. So. 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 North Polsce ist richtig. Galaktisches Archiv. Aurin. Und also. Sechzehn neue Einträge. Bots. Dominion-Oltra-Bot. das Dominion Scanbot-Analyse die Eltern haben wir auch die ersten Verbindungen gehabt rein dekorative Zwecke Luft-Tee die lasst uns doch ein wenig zu gemeinsam Luft-Tee fehlt auch noch eine Information Menschen und Kasianer Menschen und Kasianer Menschenverbande die wirklich intelligente Spätes auf diesem Planeten hat die jetzt von Komplett Kitsch auch Komplett Oh. Der arme Scanbot. Ich muss gar nicht, dass wir Jokes für den Scanbot einbauen. In Italien. Noch mehr. Scanbot-Analyse. Wurzelschläger. Die sind ja von ganz am Anfang schon. Zero Beiser. Und noch die Yetis. Verlämst begabt. Wo bin ich den denn dagegen? Ich hoffe, dass die anderen noch nach und nach ergänzt werden können. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet. Wann diese Informationen eigentlich ergänzt und aktualisiert werden. Aber Zeit, die Gegend zu verlassen. Und ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ja. Abreißen. Nach so einem Schlag, werden Sie diese Schiffe nicht mehr brauchen. Lasst uns diese Rostloben flott machen, Leute. Roger. Stop. 3, 2, 1. Das Loftitfieber hat die Grenzgebiete des westlichen Algo-Fels erfasst. Und tapfere Verbandenschürfer sind hier auf der Suche nach dem großen Reichtum. Das heißt, wenn sie es schaffen, die wilden Bestien, blutrünstigen Marodeure und die anderen Gefahren zu überleben, die im Grenzgebiet auf sie warten. An deiner Stelle würde ich die Waffe bereit halten. So, das stammt. 15 Daten zu finden. Und 14 Missionen zu entdecken. Gut. So. Aufzeichnen 17. 3 Geschichten. Wieder kurz vor den Northern Whitez. Ich hatte jetzt die andere aktiv. Der letzte war jetzt die Shuttleboard-Karte. Und ich hatte jetzt vorhin gerade noch die im Endeffekt das galaktische Archiv durchgeschaut, welche dort bisher vervollständigt wurden. Und bei dem Sketch ist im Endeffekt der arme Scanbot, der zwar gerne was anderes machen möchte, aber Aufgabe bleibt Aufgabe. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause und werde vielleicht später noch weiter streamen. Jetzt war erstmal von Stufe 1 bis Stufe 7 in den Norden Walls und später geht es dann in... nicht schon Bebengard weiter, sondern, genau, Algo Fels. Und dann geht es erstmal um die ganzen Missionen einzusammeln und die Gegend zu erkunden. Also bis später und einen schönen Samstag. Tschüss!